Das ist ja komplett krank! Craft Attack 9 steht in den Startlöchern und die Woche über haben immer mehr Teilnehmer in Craft Attack 8 reingeschaut, G-Time auch und der hat meine XP-Farm zum allerersten Mal gesehen. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an und ich würde sagen, bewerte den Part und viel Spaß! Also ich kenne den Clip schon und er kannte die absolut noch nicht. Er wusste zwar, dass es da Richtung XP-Farm geht und wusste auch noch, dass der Tunnel dahin führt, aber mehr hat er nicht gesehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau, da hat er sich noch ein Boot besorgt. War nicht die beste Idee, weil der Gang ist eigentlich nicht dafür ausgelegt. Junge, der ist ja... Und genau deswegen, weil der Gang einfach nicht lang ist. Okay, der Weg ist aber auch nur sehr kurz. Und jetzt kommt das, was auch ein Indiz dafür ist, dass die Farm einfach super groß ist. Und zwar braucht das Portal immer super lange, bis man drüben ist und bis das Ganze aufgebaut ist. Deswegen achte mal drauf. Er geht schon raus, bevor er überhaupt drüben ist. Hä? Und jetzt beim nächsten Turn ist er halt drin. Da ging es halt relativ fix, weil er es schon geladen hat. Okay, ich glaube, das ist von Debitor die XP-Farm, ne? Richtig, deswegen heißt das Ganze auch DB02. Kleine Info nochmal, wir wollen die Farm auch in Craft Attack 9 aufbauen. Da haben sich aber relativ viele Leute schon zugemeldet. Unter anderem G-Time, Kunga, JB, Joe Craft haben sich all dazu gemeldet, da mitzuhelfen. Und deswegen glaube ich, dass diesmal die Farm früher steht als vorher. Und das Ganze ist ja das Design von Ilmango, beziehungsweise die Ideen von Ilmango und das Farm-Design ist von mir. Ich habe die auch noch auf den Server so ein bisschen zugeschnitten, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Hier zum Beispiel in der Halle sieht man links und rechts sind jeweils Schilder und da sind halt so Stats von der Farm. Wie zum Beispiel 36.000 Obsidian, ich glaube zwölf Eier, ein Pick oder ein Schneemann und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und auch, dass die Farm halt wie gesagt die Idee von Ilmango war. Und man sollte unbedingt Minecats ausmachen, sonst hört man halt das. Als ob der noch nie einen Schneewall in der Hand hatte in dem Projekt, mal ganz im Ernst. Und das ist jetzt richtig Premium, pass auf. Er war da noch nie drin. Und normalerweise gehört der Picklin auch nicht dahin, der gehört eigentlich in die Kammer, aber die hat aus Versehen jemand mit einem Fall getötet. Oder jemand mit einem Fall getötet. Und jetzt achtet mal auf seine Level. Er hat gerade nichts, er hat null Level. Null. Hilfe, ist das laut! Achtet auf die Level und auf sein Gesicht. Das waren mal eben 30 Level in einer Sekunde. Also im Grunde sofort, instant. Was ist das für eine kranke XP-Farm? Heilige Scheiße, was ist das? Und hier nochmal ganz kurz. Und zwar wurde da oft gefragt, ob die besser ist als die XP-Farm von Ilmango, die im Neta gebaut wurde. Also die, die Spark gebaut wurde. Kann ich euch auch mal eben verlinken. Die sind im Grunde vom Prinzip her gleich. Die haben immer die maximale zu erreichende XP. Also das, was man am besten aufnehmen kann. Also da kommt im Großen und Ganzen dasselbe raus. Aber der Vorteil von dieser Farm ist einfach, dass sie durchgehend läuft. Weil wir erinnern uns, wenn jemand anderes im Neta war und gleichzeitig bei der Farm bei Spark war, dann ging die Farm von Spark im Grunde gar nicht mehr, weil dann sich die Spawns aufgehoben haben. Weil dann bei dem anderen gespawnt wurde. Dann war nicht mehr genug für die Farm da. Und dann hat die nicht mehr so richtig funktioniert. Die Farm ist absolut irrelevant. Was Spawnfläche, beziehungsweise was Leute auf dem Server angeht oder generell das Mobcap. Das ist absolut egal. Die kommen da so raus aus den Portalen. Das ist übelst krass, muss man sagen. Was zur Hölle? Und die ganze Zeit läuft das so durch. Da habe ich Level 3000 erreicht. Momentaner Craft Attack Rekord. Level 3000. Hört das auch nochmal auf was? Du meinst jetzt mit den XP? Nein, das geht jetzt dauerhaft so. Digga, was ist das für eine XP-Farm? Jetzt auch gut. Jetzt schreibt er. Junge, was ist das für eine kranke XP-Farm? Und jetzt, bestes Ding, pass auf. Digga, was ist das? Im Neta. Habe ich gerade erklärt. Die kann nicht besser sein. Gerade auf dem Server nicht. Und dann sagt er, ne, hier in der Overworld und meinen Spark, ja, mit den Portalen. Genau, komplett krank. Ist genau das Richtige. Weil jetzt nochmal ganz kurz guckt. Der steht da, keine Ahnung wie lange. 50 Level schon am Start. Und Klim meint, ja, die ist extrem. Also man geht im Grunde durch. Er hatte die Elytra angeknabbert. Schwert und Pickaxe waren, glaube ich, schon ein bisschen kaputt. Er ist einfach reingegangen. War komplett repariert und hatte instant 36 Level. Und jetzt hat er mal eben, nur ein paar Sekunden da gestanden, 54 Level. Leute, macht einen Clip. Ich schwöre auf alles. Devitor, Junge, wenn du das Ding in Craft Attack 9 bauen willst, meld dich bei mir. Ich bin dein Mann. Ich bin dein persönlicher Obsidian-Mitarbeiter. Ich hole dir so viele Obsidian ran, wie du brauchst, damit du die so schnell wie möglich mit mir bauen kannst. 36.000 brauchen wir. Habe ich damals quasi abgefarmt von den Obsidian-Türmen. Und wenn die runtergebaut sind, dann kann man den Drachen machen und dann sind die wieder da. Weil Carscraft hat ja so eine Drachen-Challenge. Das heißt, ich habe die Türme immer abgeerntet. Dann hat er den Drachen gemacht. Dann waren die Türme wieder da. Dann habe ich die Türme wieder abgeerntet. Geht auch komplett AFK-mäßig. Aber das war nicht meine Challenge. Ich wollte, also ich habe das meiste wirklich von Hand gefarmt. Mit einem Beacon, mit Netherite, Pickaxe, mit Efficiency drauf. Und habe das Ganze von Hand gefarmt. Klar kann man auch eine AFK-Farm machen, wo man dann einfach steht und die ganze Zeit abbaut. Total easy. Geht einfach so. Und ich glaube, das werden wir auch so machen, wenn das End geöffnet hat. Dann werden wir sofort Obsidian-Farm und diese Farm bauen. Ich bin sowas von mit am Start. Und er ist auch sowas von mit am Start. Holy shit. Das macht ja das ganze Leben leichter, so eine Farm. Ich helfe bei allem mit, wenn er die bauen will. Voll gut. Glas brauchen wir auch sehr viel, wie man sehen kann. Und Concrete. Obwohl Concrete nicht so viel. Das war nur der Rahmen. Das ist ja komplett krank. Und ich habe sogar noch ein besseres Design im Kopf. Ich weiß nicht, wer das Design kennt. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung. Aber ich habe dazu noch ein besseres Design im Kopf. Wo man die noch ein bisschen verbessern kann. Und vielleicht noch ein bisschen mehr daraus holen kann. Und die lief komplett. Ohne, dass der Server irgendwie Probleme hatte. Ohne, dass es geleckt hatte. Die lief komplett durch. Alles sauber. Alles gut. Und ihr könnt euch auch vorstellen, wie für Golter abgefallen ist. Ja, 10.000 Full-Netherite-Rüstung machen. Einfach wie er da sitzt. Total fassungslos. Holy shit. Aber damit nehme ich dein Angebot an, G-Time. Du kannst natürlich gerne mithelfen. Genauso wie Kunga, JB, Joe Craft. Alle, die mithelfen wollen. Umso schneller ist die Farm am Start. Umso schneller können wir die nutzen. Umso cooler wird Craft Attack 9. Ich hoffe, ihr feiert auch Craft Attack 9. Erstes Craft Attack Video morgen früh 9 Uhr bei mir. Da werden wir allerdings erstmal so ein bisschen reinkommen. Und dann schauen wir mal, wie es abgeht. Erster Livestream bei mir ist wahrscheinlich voraussichtlich am Sonntag um 19 Uhr. Kommt da einfach mal rein und dann schauen wir mal, was wir da machen. Also. Hat er die aus einem Tutorial oder sowas? Natürlich. Ich will die in Hardcore bauen. Ohne Witz. Keiner. Keiner bei Craft Attack baut eine Farm ohne Tutorial. Außer Joe Craft vielleicht. Aber alle anderen gucken sich die Farmen vorher bei Elmango oder wer weiß wo an. Also machen die wirklich alle. Ist die besser als die von Spark im Nether? Ich glaube ja. Oh ja. What the fuck, Junge? Also jetzt hat er ja schon 62 Level. Das ist ja komplett krank. Also hat mich echt gefreut, die zu bauen. Und er hatte auch echt Spaß an der Farm. Ich glaube, das war das Highlight vom Stream. Und nochmal ganz kurz, weil wir gerade das Bild da oben haben. Instant Gaming ist auch mein Partner. Jetzt einfach mal der Link in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr ja relativ günstig Spiele. Viel billiger als bei Steam. Da kaufe ich schon seit gute, ich glaube vier Jahren ein. Jetzt sind die endlich Partner von mir. Hätten wir schon früher machen sollen. WTF. Und einfach mal da oben den Link unten anklicken. Geil, oder? Also hau da rein. Lass den Bewerten da. Und bis zum Livestream. Und grüß dich, wir gehen raus an G-Time. Tschüss. Das ist ja komplett krank.